Moin, ich hoffe, dass es zumindest so ein paar wissen. Mein Name ist Oskar Deke. Ich spiele in der Hockey-Nationalmannschaft und fühle den Krefeller HTC. Und an den Krefeller HTC möchte ich mich auch jetzt wenden, an eigentlich für mich persönlich den geilsten Klub der Welt. Das habt ihr schon häufig bewiesen, ihr müsst es nicht nochmal tun. Es steht momentan die erste Hockey-Dokumentation im Raum. Das Projekt nennt sich Ecke Schuss Gold. Es fehlen leider noch so ein paar Moneten, dass das Ganze realisiert werden kann. Wir haben als HTC schon extrem viel dazu beigetragen, unter anderem eben ein Klubpaket. Und wir sind einer von drei Vereinen, die das gemacht haben. Insofern sind wir schon darüber hinaus, dass wir sowieso der beste Klub der Welt sind, etwas ganz Besonderes. Und nichtsdestotrotz habe ich auch nochmal ein Ziel oben draufgelegt, in meiner großkotzigen Art. Und deswegen habe ich gesagt und auch angekündigt, wir holen in den letzten zehn Tagen nochmal 100 weitere DVDs nach Krefeld. Die DVD kostet 30,16 Euro. Und wenn ich mir ab und zu so nach den Spielen, während der Spiele und vor den Spielen, Bundesliga-Spielen in Krefeld so angucke, was ihr euch an Bier und Wein reinschüttet, dann sind auf jeden Fall irgendwo die 30,16 Euro auch noch in eurer Tasche. Insofern macht mir nichts vor. Kauft diese verdammten 100 DVDs zu deinem Bonus geben. Ich werde in ganz Krefeld diese DVDs persönlich euch vorbeibringen. Und damit noch nicht genug, wir werden gemeinsam, oder ich alleine, das dürft ihr euch dann gerne aussuchen, den CRDC-Sommerhit des letzten Jahres singen. Lieber Vita, 1, 2, 3, girl. Lieber Vita, 1, 2, 3, girl. Für auch schon mal ein fettes Dankeschön. Ich freue mich auf 100-mal gesungenen Sommerhit, CDC-Hit des Jahres, letzten Jahres, wie auch immer, scheißegal, in Hamburg, sagt mal Tschüss. Euer Oskar.